Das Hotel Fuerte Mirama liegt in Marbella in Costa del Sol. Das Hotel Fuerte Mirama ist sehr beliebt unter den Gästen, 95% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die 113 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,2 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,6 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer Mit 5,4 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Service 5,3 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5,2 Sonnen von 5,2 Sonnen widerspiegelt. Gastronomie Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,2 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme Ein gutes Sport- und Unterhaltsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,5 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.